Was ist die Margin of Appreciation bei der Umsetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention? Darum geht es im heutigen Video. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte räumt Staaten bei der Umsetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention eine Margin of Appreciation ein. Das lässt sich relativ schwer exakt ins Deutsche übersetzen. Mögliche Übersetzungen wären Beurteilungsspielraum, Einschätzungsspielraum oder je nachdem auch Gestaltungsspielraum. In der Sache geht es um Folgendes. Staaten, die die Europäische Menschenrechtskonvention unterschreiben, verpflichten sich damit, für Menschen in ihrer Hoheitsgewalt die Rechte zu gewährleisten, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgelegt sind. Und die Margin of Appreciation bedeutet nun, dass es dabei nicht nur eine zulässige Lösung gibt, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Europäische Menschenrechtskonvention umzusetzen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das zum ersten Mal im Fall Handyside gegen das Vereinigte Königreich so entschieden. Der Fall betraf das Verbot eines Buches, das von den Behörden als pornografisch angesehen wurde. Und der Herausgeber des Buches ist dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen und hat gesagt, diese Zensur verstößt gegen meine Rechte auf freie Meinungsäußerung nach Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und im Verfahren vor dem Gerichtshof ging es dann um die Frage, ob diese Beschränkung oder die Zensur gerechtfertigt ist nach Artikel 10 Absatz 2. Und da steht unter anderem drin, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung beschränkt werden kann zum Schutz der Moral. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, was Moral ist in einem bestimmten Land, können wir nicht so gut beurteilen wie die Behörden oder die staatlichen Stellen des jeweiligen Landes. Die Stellen sind näher dran an der Gesellschaft des jeweiligen Staates und deshalb in einer besseren Position zu beurteilen, was dort Moral ist. Und deshalb müssen Staaten einen bestimmten Spielraum haben bei der Umsetzung und selbst einzuschätzen, was genau bedeutet jetzt hier Moral. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat aber auch gesagt, dass das natürlich kein Freibrief für die Staaten ist, denn das würde ja bedeuten, dass die Europäische Menschenrechtskonvention sinnlos wäre. Sondern Staaten haben einen bestimmten Beurteilungsspielraum und die Einräumung dieses Beurteilungsspielraums geht einher mit einer Überwachung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er sagt, die Staaten haben den Spielraum und wir überwachen, ob sie die Grenzen dieses Spielraums überschreiten. Das wird also vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte überprüft. Diese Margin of Appliation spielt eine Rolle in verschiedenen Zusammenhängen. Ein wichtiger Anwendungsfall ist, wenn es darum geht, dass verschiedene Rechte gegeneinander abgewogen werden müssen. Ein Beispiel ist das Presserecht. Da kommt es relativ häufig vor, dass die Presse irgendetwas berichtet und der Betroffene sagt dann, diese Berichterstattung verletzt mein Recht auf den Schutz des Privatlebens nach Artikel 8 der NRK. Und die Presse sagt dann, unsere Berichterstattung ist aber geschützt durch Artikel 10 das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das heißt, man muss in dem Zusammenhang abwägen zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung einerseits und dem Recht auf Schutz des Privatlebens nach Artikel 8 der NRK andererseits. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, in diesem Zusammenhang haben Staaten eben einen bestimmten Spielraum zu sagen, welchem Recht geben wir jetzt den Vorrang, welches Recht ist jetzt für uns bedeutsamer. Die Margin of Appreciation kann groß oder klein sein. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einer davon ist das Recht, um das es geht. Bei bestimmten Rechten, wie beispielsweise dem Recht aufs Eigentum, räumt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Staaten ein besonders großes Margin of Appreciation ein. In anderen Bereichen, wie beispielsweise dem Recht aufs Leben, sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das ist ein ganz besonders wichtiges Recht. Deshalb ist hier der Spielraum für die Staaten kleiner. Eine andere Frage oder ein anderer Faktor, der eine Rolle spielt, ist, ob es in bestimmten Bereichen einen europäischen Konsens zu einer Frage gibt. Wenn es einen Konsens auf europäischer Ebene gibt, das heißt, wenn alle Mitgliedstaaten des Europarates eine Frage in einer bestimmten Weise lösen, dann ist die Margin of Appreciation davon abzuweichen besonders klein. Wenn es keinen Konsens unter Staaten gibt, dann haben Staaten auch mehr Spielraum, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, man weiß ja nicht genau, wie der Standard ist. Deshalb kann jeder Staat hier weitgehend oder weitergehend tun, was er möchte.